Das ist für mich mit hier jetzt so die fetteste Felge, ohne Scheiß. Dieses letztes Mal Wörthersee, also ich nehme das noch mit viel zu viel Humor eigentlich, das ganze Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wirklich eigentlich mit viel zu viel Humor, weil lustig ist das eigentlich gar nicht. So, erstmal einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, also, dieses wunderschöne Gerät läuft wieder. Und zwar, keine Ahnung, es ist ultra nervig, Musik ist auch viel zu laut gerade, also nicht die Musik ist zu nervig, aber wahrscheinlich ist es deswegen ein bisschen feucht von der Lautstärke ein bisschen problematisch, aber da müssen wir durch. Und zwar war ja die Antriebswelle am Arsch, ich habe gedacht, die wäre gerissen, aber die Schrauben haben sich wieder gelöst. Zum zweiten Mal passiert, wir haben sie letztens richtig eingeklebt, trotzdem lösen die sich, ich weiß nicht warum. Das haben wir aber gestern auf dem Anhänger direkt noch wieder fixen können, das heißt, wieder kurz angezogen, jetzt rollt auch der Bus wieder, Gott sei Dank. Und ihr könnt es ja schon sehen, wir haben wirklich traumhaftes Wetter. Wir sind jetzt gerade auf der Simonshöhe, auf der letzten, also wirklich letzten XSK-Night, hier war polizeitechnisch überhaupt gar nichts. Gestern, wie wir natürlich erst spät weggefahren sind, waren die auch schon weg, also die haben jetzt nicht mehr auf mich gewartet quasi. Das wäre auch noch zu geil gewesen, wenn die auf mich gewartet hätten. Aber hier ist komplette Ruhe, das war aber auch die letzten Male auch so, Simonshöhe war immer Ruhe. Wir hatten natürlich ein bisschen Angst, gerade ihr seht das ja hier, ihr kennt das ja mit der Wiese, dass das unfucking fassbar, unparkbar wird hier. Aber es hat echt funktioniert, es hat gestern nochmal, also gestern den ganzen Tag geregnet, aber heute jetzt nicht mehr. Jetzt kommt die Sonne raus, es ist sehr kalt, wir haben hier um die 7 Grad hier oben. Aber geil, ich werde versuchen Leute, ich versuche euch jetzt ein paar Autos zu zeigen, die ich die ganze Saison noch nicht gezeigt habe. Das fällt aber sehr sehr schwer, weil die XSK natürlich immer die gleichbleibende ultra krasse Qualität hat und natürlich sich da auch relativ häufig die Autos dann auch wieder doppeln. Aber ich mache jetzt eine kleine Runde mit euch. Ich lade jetzt erstmal ein bisschen, ich versuche immer ein bisschen von der Musik weg, damit das tonmäßig geht. Und ich bin ein bisschen außer Atem, muss ich euch sagen. Und vor allen Dingen, auch in dieser Kombination als 40 Jahre Jubiläumsmodell, war der mit Performance Parts einfach unfucking schön. Was ich aber gerade gar nicht weiß, ich sehe gerade meinen, also ich hatte die Parts ja auch beim TTS, ich weiß gar nicht, ob die bei den Performance Parts jetzt wirklich dabei waren oder ob der die zusätzlich gemacht hat. Oder ob die nur beim Jubi Modell dabei waren. Weil bei den normalen TTS, als wenn du die mit Performance Parts bestellt hast, die neuen, die Facelift, da waren die Dinger glaube ich nicht dabei. Aber für mich immer noch ein traumhaftes Auto. Ich bin auch nach wie vor, boah, ja, schwieriges Thema. Ich bin immer noch am überlegen, ob ich mir nochmal irgendwann eine hole. Was auch geil bei denen war, war natürlich auch die Innenausstattung. Ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennen könnt. Hier ist natürlich auch nochmal reingeschickt, 40 Jahre Quattro. Jubiläumsmodell hinten sieht man nicht, weil es abgedunkelt ist. Natürlich auch die Strebe drin. Einer der krassesten Parts, also muss man ganz klar sagen, was die beim TT damals gemacht haben. Mehr geht nicht. Geht's auch direkt weiter. Auch ein sehr, sehr schönes Auto. Ich finde die Farbe übrigens sehr nice. Die kommt glaube ich auf der Kamera gar nicht so gut rüber, muss man sagen. Audi A3, auch nach wie vor, auch gerade das Modell. 8P, immer noch ein wunderschönes Auto. Auch immer nur überlegen wert, den als RS3 zu holen. Das ist wirklich mega, mega geil. Was natürlich hier immer sehr, sehr ungünstig ist, das sieht man jetzt hier auch wieder. Natürlich auf so einer Wiese. Das haben wir damals auch mit dem Flatless gehabt. Stehen die Dinger natürlich immer ein bisschen schief und schäl und krumm. Aber es ist, wie es ist. Nehmen wir mal das Thema Mercedes. Mercedes ist aber dieses Jahr sehr, sehr wenig vertreten, muss ich sagen. Also BMW sind mittlerweile so krass. Das habe ich ja schon die letzten Male gesagt. Das fällt mir total auf. Aber C-Klasse, also Fitment natürlich total asozial. Brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Brutal. Und mittlerweile wird einem auch immer mehr bewusst, warum die uns dann natürlich auch oder warum die keinen Bock haben. Das ist gar keine Frage. Aber Fitment. Das geht schon. C-Klasse. Sehr, sehr schönes Auto. Nicht mein Auto, wie gesagt. Du wisst ja. Aber sehr, sehr geiles Auto. Und jetzt sehe ich wieder ein. 260E. Boah, geil, Junge. AMG-Räder. Populiert finde ich die sehr, sehr nice, muss ich sagen. Aber ihr seht es auch. Leider, leider, leider. Also was heißt leider? Aber es ist bei dem so. 124er. Sehr, sehr, sehr undankbar, was die Kotflügel vorne angeht. Hinten geht relativ viel rein. Vorne bekommt man nicht so viel. Deswegen, wie jetzt in dem Fall, wird dann einfach gefittet. Was auch ganz geil aussieht. Aber hinten ist halt Mercedes wirklich immer das Problem. Vor allen Dingen, wenn er den mit der Luft hochfährt, kommt der, also der fällt ekelhaft in den Sturz. Du stehst, kannst hier mit der Felge stehen, wirklich. Du hast so viel Platz nur noch am hinteren Radkasten und denkst, Alter, du kannst dich ablassen, weil sonst der ganze Kotflügel dir wegdrückt. Wir haben damals ja auch bei meinem überlegt, ob wir die Innenkante wegnehmen müssen, weil wir nicht vorbeigekommen sind. Weil wir Angst hatten, dass sie zu breit sind. Und ja, dann macht der im letzten Moment und dann fällt der richtig weg. Das heißt, deswegen sieht das auch von hinten, das seht ihr auch hier, immer ein bisschen schmaler aus als vorne. Also generell auch, auch wenn die Kotflügel nicht gemacht sind, wirkt das Auto von hinten nicht so breit. Ja, C-Klasse. Ich bin gar nicht mehr so sicher. Ich weiß gerade gar nicht, was es für eine ist. Boah, bei der C-Klasse bin ich gar nicht im Thema. War das W200? Was ist das denn gewesen? 203 oder 207? Schreibt das mal in die Kommentare, wenn ihr das gerade direkt auf dem Schirm habt. Aber mittlerweile auch irgendwie nice, ne? Also finde ich, das Ding als Automatik, natürlich Farbe ist jetzt nicht so meins, aber das ist schon cool, das Teil. Vor allem sowas fährst du auch daily einfach, ne? Das ist halt auch das Geile. Da vorne ist noch ein, ich muss mit dem Spruch gehen, 124er. Aber als Coupé, die ja ekelhaft von den Preisen mittlerweile sind, vor allen Dingen auch als 300er. Wahnsinnig teuer geworden. Aber auch mega geile Teile. Dreiteilige UZ drauf in, was hat der 19? Ne, Quatsch. Keine 19, 18 oder was? Was hat der da drauf? Ah ne, 17 Uhr, 15, 40, 17. Krass. Das mal bei Mercedes, das ist immer das, was ich am geilsten fand, wenn die alle keine B-Säule haben. Das sieht so cool aus. Ja, auch innen drin. Mega gutes Ding. Sehr nice. Ich mach heute den Wanderer. Das wirkt auch so gigantisch hier an der Leute. Wahnsinn. Geht jetzt einfach mit euch hier so drüber. Wir kommen bis jetzt live. Mega Farbe. TT 8S. Ah ne, 8J, ich bin auch bescheuert. 8J, das ist TT RS, geil. Mega Farbe. Mega Farbe, Kombination mit dem UZ. Ist das Ding fett. Was hat der für ein Reifen da drauf? Weiß ich gerade gar nicht. Ein Nankern, ein guter Nankern. Ich seh's nicht. Ich seh's nicht, mich interessiert die Reifendimension. Was ist das denn? 2, 35, 30, 20. Das geht aber, da sind wir auch immer gefahren. Das geht. Aber die Farbe ist geil. Mega gut. Sehr, sehr schön. Ja, Thema BMW. Ihr wisst, APR, da wird jetzt auch in naher Zukunft wird da was kommen. Die Dinger sind echt brutal. Auch Performance mäßig sind die brutal. Judo Performance, ich glaube, zwei Teiler müssen das sein, sind da drauf. Ich weiß es nicht. Hoffe ich, ob wir sowas auch mal machen, weil da gibt's im Next. Alter, da kommt nochmal richtig was. Auch alles mit TÜV und mit Gutachten. Ich bin immer hin und her gerissen. Gerade wenn ich die beiden jetzt hier, ein TT neben dem M2 stehen sehe. Klar, natürlich modellmäßig gehen wir jetzt gerade bei den beiden von komplett unterschiedlichen Baujahren. Ja, schwierig. Weiß es nicht. Alter, was meint ihr, was das kostet? So eine Verlierung. Das müsste eigentlich Digitaldruck sein, ne? Meine ich, oder? Ist das Digitaldruck? Ich mag jetzt nicht da drauf rumpatschen, ne? Ne, ist das nicht. Ne, ist kein Digitaldruck. Also nicht voll, also nicht voll digital, ne, glaube ich. Hinten schon. Ich weiß es gerade tatsächlich nicht. Aber geil. Jesse. Sehr geil. Fresst meine Federn, ihr fucking Flamingos. Das ist auch geil, Alter. Fett. Alter. Das ist richtig gut. TT 8N. Oh, da gehe ich auch noch steil. TT, muss man auch sagen, immer noch Klassiker, ne? Und ich finde auch, egal, welche Baureihe man nimmt, jetzt haben wir hier einen 8N in 3,2 Liter. Sehr selten geworden. Sechstilinder ist ja dasselbe wie im R32 drin. Auch ein absoluter Klassiker. Der auch noch als DSG. Erste DSG, glaube ich, war das hier. War ja im Golf 4 auch so. Sehr schön gemacht. Vor allem guckt euch mal die Details an, ne? Innen drin auch die Scheinwürfe mit Carbon. Mega geil. So ein wunderschönes Auto. Aber halt auch maximal undankbar, genau wie Golf 4, was das Thema Tieferlegen angeht, ne? Achsen und sowas ist richtig scheiße. Wirklich. Mag kein Mensch. Aber mit den dreiteiligen BBS drauf, das ist ein wunderschönes, wirklich ein wunderschönes Auto. Wollte ich früher mal als Cabo haben, so ein Ding. Ich werde wieder so ein bisschen TT-nervös. Sag ich, wie es ist. Ja, Golf 1, absolute Ehre. Wunderschönes Auto. Stand gestern auch beim Nick, glaube ich, habe ich das Auto schon gezeigt. Ich weiß es nicht. So, und das bist du doch hier. Das ist doch der allerechte. Was ist das denn? Zitrön? Wie heißen die Dinger nochmal? Hilf mir mal ganz kurz. Das ist ja geil. Also, originales Luftfahrwerk, glaube ich, haben die Dinger gehabt, ne? Mein nicht. Fett. Geil. Hier will jetzt der Sven wieder nervös werden. Da geht dem auf jeden Fall das Herz auf. Ich finde sie ja, allein wegen hier Fernsehnevios, finde ich sie ja schon geil. Also, gar keine Frage. Aber wenn ich überlege, was die Dinger mittlerweile kosten, das ist ja ekelhaft, ne? Da denkst du nur, Porsche geht so, ne, in die, irgendwie in diese brutale Preis, oder ins brutale Preisniveau. Aber die sind ja mittlerweile auch komplett wahnsinnig. Komplett. Ich glaube, da bist du ja auch bei, keine Ahnung, 70 oder was? 80.000 Euro kosten ein Ding? Ekelhaft. Alter, ist das sexuell. A6. Alter. Okay, das ist, äh... Also, das ist... Man kennt das Felgendesign, auch Rotiform, etc. kennt man das, ne? Aber, Digga, das ist hier mit diesen... quasi mit den Details, die die da nochmal haben. Ich will mal, wie geil das aussieht. Okay, das ist für mich mit hier jetzt so die fetteste Felge, ohne Scheiß. Übrigens auch mit einer der schönsten A6, ne? Also, das Modell, den hatten wir ja so als RS6. Das ist einfach ein wunderschönes Auto. Einfach ein wunderschönes Auto. Farbe ist jetzt nicht so meins, ne? Ich bin bei Audi, geh rein mit dem Blau. Da bekommst du mich nicht mit. Aber so sieht das Ding echt brutal aus. Wenn es aber um das Thema Farbe geht, geht's direkt zum Golf 1 weiter. Dieses Grün. Ich glaube, das wollte früher kein Mensch haben. Es ist so wunderschön. So wunderschön. So, es sind keine Porsche C2, sondern es müssten Porsche Gulli-Deckel sein. In, boah, ich glaube, 8 oder 9 mal 16 waren die immer. Glaube ich, irgendwie sowas. So geil. Das war früher, so wurden die Dinger immer getunt. Auch auf Golf 3 wurden die oft gefahren. Golf 3, Golf 2. Megaschön. Golf 1 sehe ich mich auch nochmal drin. Oh ja. Golf 2 GT 16 V. Das müsste sogar Originallack sein. Ja, auf jeden Fall. Super selten die Farbe. Vor allem guckt, ich weiß gar nicht, ob ihr das so ein bisschen seht, dieses Grün. Das ist so fett. Das war zum Beispiel auch eine Überlegung, in so ein Grün zu gehen für den 356er. Weil, wenn man weiter weg geht, dann wirkt der, dann geht der schon sehr ins gräuliche Schwarze. Man muss wirklich, das Licht muss wirklich da sich darauf brechen. Wie jetzt hier gerade die Sonne. Seht ihr das? Dann wirkt das mega geil. Das hat dann auch, also da siehst du auch diesen Metallic-Effekt. Sehr, sehr schön. Auch sehr, sehr lustig, diese Felgen. Zweiteilige BBS in 15 Zoll. Alter, die haben wir früher eingetauscht. Gegen irgendwelche, keine Ahnung, Schlagmenschut, Borbit, was war, Borbit B oder ne, Borbit, Borbit B oder irgendwas. Auf jeden Fall in irgendein 9x16 Schmutz, den kein Mensch heute mehr tauschen würde. Also die Dinger sind so selten geworden. Die sind wirklich, die hat man gekauft für 200, 300 Euro, den ganzen Satz. Sowas hätte ich gerne bei mir auf meinem Golf 2. Aber da sind es halt auch zu schade für. Wenn du die kaputt fährst, hast du halt auch verloren. Aber super schönes Auto. Vor allem in so einem Zustand, ne? Mega geil. Fett. Sehr, sehr fett. Ja, hier auch klassisches Tuning. Ich glaube eh, das muss man auch, also wenn man jetzt in absehbarer Zukunft, sage ich mal, noch viel, viel mit Autos machen möchte, was ist mit dir? Das übrigens, du bist eigentlich mein Retter. Also eure ganzen Jungs, ne? Ja, eigentlich wir als Gruppe, ne? Wir haben gestern, das war so geil, ne? Wir sind, die haben mich gestern abgeschleppt, nachdem ich dann, eigentlich, eigentlich habt die mir das angeboten, um von der Polizei abzuhauen. Genau. Das war der Plan. Ja. Dann hat die andere Stelle sich verabschiedet und wir so, alter Fuck. Und dann sind wir wirklich noch, dann haben die mich mit einmal zum Hotel, eigentlich war der Plan. Eigentlich wollten wir das bei unserem Hotel machen. Genau. Also war geschüttet wie Sau. Es hat geregnet aus Eimern. Und dann haben wir gesagt, komm, machen wir an der Tankstelle. In der Waschstraße. Wirklich. Sie hatten so eine Waschbox, ne? Und da wurde dann... War mega geil. Und danach reden wir nicht mehr drüber. Genau. Alles was nach der Reparatur ab 21 Uhr. Ihr hört ja auch in unseren Stimmen schwierig. Böse. Aber das war Wörthersee für mich. Gestern, das war Wörthersee. Das ist auch so eine Sache, da erinnerst du dich? Ist so. Wenn man, zwar nicht mal hier, aber dann irgendwo anders. Irgendwo anders. Polen oder so vielleicht. Sehr schön. Guck mal hier. Sehr, sehr schön. Audi S3. Oh mein Gott. Dreiteilige OZ da drauf. Boah, ist der schön. Den fand ich leider von innen nie so schön. Ich fand den Golf 4 vom Innenraum komischerweise immer schöner. Aber ich finde den von außen ist der um Welten nochmal geiler als ein Golf 4. Und ihr wisst, ich bin so ein Golf 4-Kind, ne? Aber dieses Ding, boah, ist das geil. Vor allem, ich kann mich noch daran erinnern. Die waren ja, glaube ich, mit 209 PS sind die rausgekommen. Und einmal, also es war das erste, die erste Modellreihe hatte, glaube ich, 209 PS. Und dann meine ich auch wie TT 224 oder 225, ne? Boah, ich könnte, man könnte, ich denke manchmal, man kann keine Autos mehr bauen. Also ist ja alles schon gemacht, ist ja alles langweilig. Aber es gibt so viele Autos, die ich noch gerne machen würde. Also wirklich so viele. Boah, eine wilde Kombi mit dem MINT. Das ist mal eine Zeit, muss man sagen, ist das wirklich extrem im Kommen gewesen, ne? Dass die Cabrios auch sich hinten Bügel, Clubsportbügel reingemacht haben. Auch immer sehr, sehr lustig, dass man da oft gefragt wird. Also, oder Leute einen drauf ansprechen. Das würde ja zum Thema Sicherheit gar nichts bringen, warum man dann sowas verbaut. Das muss man auch gar nicht verstehen, weil wir machen das. Oder die, sagen wir mal so, diese Tuning-Szene macht das, weil sie einfach Bock drauf haben. Und weil es einfach um die Optik geht. Ich meine, man muss ja ehrlich sagen, so wie wir Felgen fitten. Und so wie wir auch Rad-Reifen-Kombinationen auf den Autos fahren, hat ja nichts mit Performance oder mit irgendeinem Fahrkomfort oder irgendwas Gutem zu tun. Aber wir machen es trotzdem, ne? Boah, ist doch geil, ich könnte mit euch einfach hier noch rüberlaufen. Einfach nur so ein bisschen Emotionen mitgeben. Es ist einfach, es ist schön, traurig, gut, alles. Schlimm, das ist das letzte Mal. Wirklich sehr, sehr schlimm. So, es ist Zeit, Goodbye zu sagen. Goodbye, Wörthersee, ihr seht. Alle reisen gerade schon ab. Große Aufbruchstimmung. Es war ein tolles Event. Ja, es war super, super, super. Wir hatten super Glück mit dem Wetter, aber jetzt wird es echt richtig kalt. Also ich glaube, es sind nur noch 5 oder 6 Grad. Ihr habt uns wirklich restlos ausgekauft. Wirklich vielen, vielen Dank an alle Leute, die da waren. Ich parke jetzt zusammen. Vielleicht hören wir uns nochmal in Ruhe in dem Video, wenn ich mir ein bisschen Zeit genommen habe. Ciao. Also, bis später wahrscheinlich. So ihr Lieben, ich bin mittlerweile wieder, ja, heile kann man schon sagen, zu Hause angekommen. Es war die wahrscheinlich schlimmste Autofahrt oder die längste und schlimmste Autofahrt meines Lebens. Dauerregen, also erstens T2 auf dem Anhänger hinten drauf, was ja theoretisch kein Problem ist, aber diese Kilometer sehr anstrengend. Dauerregen, ein Unfall nach dem anderen. Das war die längste Fahrt. Ich habe fast 18 Stunden jetzt knapp gebraucht, um nach Hause zu kommen. Wir haben auch gestern nur noch das, also nur noch abgeladen. Also ist gar nicht mehr viel gemacht worden. Dann wird es schon mal angefangen, hier wieder alles ein bisschen leer zu räumen. Alter, wilder, wilder Wörthersee-Trip, kann ich euch sagen. Hinfahrt, glaube ich, 15 Stunden, Rückfahrt fast 18. Sehr, sehr, sehr krass. Ja, noch kurz, kleines, ich sage mal so, so ein kleines Fazit zum Thema Wörthersee. Es war ein guter Abschluss. Es war wirklich ein vernünftiger Abschluss, muss man sagen. Wir haben eine gute Zeit gehabt, trotz der ganzen, ich sage mal so, auch Polizeisituation und auch so, wie man da jetzt akzeptiert oder nicht mehr akzeptiert wird. Für mich ist ganz klar, wir suchen uns einfach eine neue Location für die nächsten Jahre oder neue Standorte. Mal schauen, wie sich das mit Wörthersee die nächsten Jahre noch entwickelt. Ob da irgendwann das Interesse dann doch wieder so groß ist, dass man wieder zurückkommen soll. Warten wir mal ab. Ich denke das eher nicht. Ist aber einfach so. Sollte man jetzt nicht zu viel rumheulen. Ja. Das war das letzte tatsächlich Wörthersee-Video. Auf jeden Fall erstmal für dieses Jahr. Wahrscheinlich auch für nächstes Jahr. Ich bedanke mich trotz alledem für die ganzen Zuschauer, die immer die ganzen Wörthersee-Videos verfolgt haben. Jetzt gibt es demnächst andere Events, die ihr bis dato auch noch nicht gesehen habt. Ich freue mich drauf. Ich wünsche euch schon einen schönen Tag. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen am Wörthersee. Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Einen wunderschönen guten Tag, wunderила dich. Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Einen wunderschönen guten Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh 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 Äh, da drücken wir auch links Rechts Oh Leute, alle Alter Das ist wieder so neblig Wir haben so einen Knall Boom Die anderen kommen schon teher Wir haben die anderen abgehangen Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018